Victor Krumm ist ein wichtiger Charakter in der Harry Potter Reihe. In den Filmen taucht er zuletzt am Ende von Harrys viertem Jahr auf und wird nicht mehr erwähnt. In den Büchern jedoch war Victor bei Bills und Fleurs Hochzeit anwesend, stellte Xenophilius Lovegood zur Rede, weil er die Halskette der Heiligtümer des Todes trug und half sogar dem Orden, die Teilnehmer der Hochzeit zu schützen. Außerdem ist Victor Krumms Geschichte, wie er nach dem Ende der Serie aus dem Ruhestand kommt, den Schnatz fängt und mit Bulgarien die Quidditch-Meisterschaft gewinnt, richtig interessant. Ruhestand